Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss ja über jeden Scheiß lachen. Bisschen mit einer Nunger. Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Häufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Ries, Tommy Schmidt und Tanei. Das ist der absolute Wahnsinn! Last One Laughing, das Kino-Event zur neuen Staffel, nur am 23.09. in deinem Kino. Untertitelung des ZDF, 2020